Herr Davis hat jetzt seine Strategie vorgestellt, bzw. war das der Plan? So eine richtige Strategie konnte man da jetzt aber noch nicht erkennen, oder? Nein, es ist ganz einfach noch, ist kein Plan vorhanden. Das Einzige, was man bis jetzt herausgehört hat von den Äußerungen von Davis und Theresa May, ist, dass ein Stopp der Zuwanderung, also eine massive Einschränkung der Zuwanderung bevorsteht und dass die Zuwanderung oberste Priorität hat. Das heißt im Grunde genommen, dass man auf Kollisionskurs ist mit Europa. Und Herr Davis hat ja auch gestern gesagt, gegebenenfalls verzichtet man auf den Zugang zum Binnenmarkt. Aber kann sich das Großbritannien tatsächlich leisten oder ist das nur eine Provokation an Brüssel auch? Das ist ja die große Frage. Also ich denke zunächst einmal, man weiß es nicht. Wir haben ja auch gehört, die Experten fehlen. London sucht angeblich 1.000 neue Mitarbeiter, die über Handelsabkommen richtig informiert sind, wie man sie macht, wie man sie aushandelt und so weiter und so weiter. Und dann ganz, ganz wichtig, Davis muss natürlich mit den Vertretern von Wales, Nordirland und Schottland darüber reden, weil er braucht einen Konsens, sonst bricht das Vereinigte Königreich auseinander unter Umständen über diese Frage. Die große Frage ist ja, wann jetzt erstmal dieser Artikel 50 ausgelöst wird. Laut Lissabon-Vertrag muss der ja ausgelöst werden und dann beginnen die Austrittsverhandlungen. Da hören wir jetzt immer wieder andere Daten. Was denken Sie, wann wird es dazu kommen? Beziehungsweise warum dauert das noch? Warum zögert die britische Regierung da? Sie zögert einfach, weil sie nicht weiß, wie es weitergeht im Moment. Also man hat noch nicht diese interne Abstimmung, man hat noch keine Strategie, man weiß noch nicht so genau, welche Teile der Wirtschaft bestimmte Forderungen haben. Also es sind sehr, sehr viele ungeklärte Dinge und man hört immer wieder mal Bedenken. Also gestern hat zum Beispiel die Versicherungsgesellschaft Lloyds ziemlich deutlich gesagt, sehr viel von unseren Geschäften finden in Europa statt. Wie wird das sein mit dem sogenannten Passporting für Financial Services und so weiter und so weiter. Das sind Fragen, die Davis nicht beantwortet hat und er hat mit Sicherheit noch keinen Schimmer, was er tatsächlich machen will. Also die Abstimmungen werden noch laufen. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, wenn man davon ausgeht, dass Frau May jetzt Dampf machen will, denke ich mal irgendwann im ersten Viertel, Quartal 2017 zwischen Januar und April, so in etwa, rechne ich mit der Auslösung von Artikel 50. Bis dahin müssen noch jede Menge Fragen geklärt werden. Herr Davis hat jetzt auch gesagt, wir müssen und wir werden den besten Deal herausholen für Großbritannien. Wer müsste, wie müsste der Ihrer Meinung nach aussehen? Tja, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Also scheinbar will Herr Davis weder ein Schweizer Modell noch ein norwegisches Modell. Er möchte im Grunde genommen zunächst einmal seinen Minister für Handelsabkommen, Liam Fox, losschicken und er wird ja ein Freihandelsabkommen mit sämtlichen Ländern der Welt. Nur wir haben bei, abschließend, nur bei der G20-Konferenz haben wir gesehen, wie schwierig das sein wird. Also Sudkorea hat offen gesagt, uns gefällt ganz gut, wie es jetzt ist. Japan hat gesagt, was passiert dann, wenn wir Autos, nach wie vor Autos produzieren in Großbritannien und nach Europa verkaufen wollen. Wie wird das alles geklärt werden? Und im Moment sagen natürlich viele Leute in Großbritannien, das ist so eine Art Mission Impossible. Wie soll das gehen? Das ist ja eine unmögliche Aufgabe. Nur, die öffentliche Meinung ist im Moment so, wie sie ist. Die Leute sind im Moment der Meinung, es reicht jetzt. Wir haben ewig lange über diese Frage diskutiert. Sie ist entschieden. Es wird zunächst kein zweites Referendum geben. Es wird gestritten, ob überhaupt das Parlament abstimmen wird über das Ergebnis der Verhandlungen, um die EU zu verlassen. Also es sind sehr, sehr viele Fragen offen und ich sehe im Moment ehrlich gesagt nicht, dass diese Entscheidung gekippt wird in nächster Zeit. Erstmals glaube ich, müssen die Menschen sehen, was das für sie bedeutet. Also wenn Menschen beginnen, ihre Arbeitsplätze zu verlieren, könnte, wie Herr Blair neulich sagte, die öffentliche Meinung kippen. Aber da sind wir jetzt weit, weit weg. Sie sagen, zunächst wird es kein zweites Referendum geben. Es gibt dabei diese Online-Petition und da sollen sehr, sehr viele Menschen ja auch ein zweites Referendum gefordert haben. Erstmal die Frage, denken Sie, dass es vielleicht doch irgendwann, dass es da noch irgendeine Möglichkeit gibt? Und wenn ja, wenn es jetzt nochmal ein Referendum geben würde, wie würde Großbritannien sich dann entscheiden? Also zunächst einmal wird diese Position mit Sicherheit beiseite gewischt werden. Also die Meinung von Frau May und David Davis und von den anderen ist, es ist abgestimmt worden und diese Entscheidung ist demokratisch richtig und in Ordnung. Und das ist auch so zu akzeptieren. Und die Meinungsumfragen zeigen, dass 60 plus Prozent der Briten sind im Moment der Meinung, das stimmt auch so. Also wie ich sagte, in nächster Zeit sicherlich kein neues Referendum. Graham Lukas, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.